Ash wird heute einen ganzen Tag lang alles von A bis Z machen und es wird richtig krank. Boxen, Hotschuh essen, küssen und damit willkommen zu diesem neuen Video. Also Ash, du hast heute den ganzen Tag die Zeit alles von A bis Z zu machen. Also wirklich für A, keine Ahnung, Apfel essen oder für A-Schmura. Dann ging auch mein Knochen. Ich habe verstanden, wie es geht. Und weißt du was Ash? Wenn er schafft alles von A bis Z innerhalb von 24 Stunden zu machen, also bis 16 Uhr am nächsten Tag, dann bekommt er 100 Euro. Bist du dabei? A, B, Banane essen. Okay, wir haben keine Banane. B, B, oh shit. B, äh, boxen. Ding, sag doch wenigstens eine Vorwarnung. Ich muss mich jetzt halt auf, oh mein Gott, Digga. Junge, du bist fertig mit B. C. Junge, chill, kann ich kurze Pause kriegen? Ich glaube nicht, dass ich... Ah, Junge. Hey. Ich habe mich dir geschenkt, ne? Ja. Dieses Video mache ich nicht noch mal. D, dauert es nicht. Alter! Nein, das zählt nicht. Ash muss irgendwelche sinnvollen Sachen machen. D, drauftreten. Boah, du musst eine Aufgabe mit D machen. Was fällt dir ein? Das ist für, glaube ich, der blauste Fleck. Ich brauche eine Pause. Eyeliner benutzen. Ja, viel Spaß. Gibt es das ein Fett? Ein Eyeliner? Ja. Boah, ich würde gerne wissen, wie du aussiehst gleich. Nein, warte, was? Du, du, du. Max, du. Beide. Sieht wenigstens schön aus. Der Ash war auch nicht so konzentriert in unserem Leben. Deine Hände riechen mies nach Pringles, ist dir klar, oder? Was machst du? Der größte Einander, den ich je gesehen habe. Hallo! Ist das richtig? So, ist das gut so? Warte, 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 warte. Dann mache ich noch einmal was in dein Gesicht rein. Warte. Nein, hör auf. Digga, verarsch mich nicht. Darf ich auch haben? Hast du was für? Wird das ein bisschen mehr... Was ist das für eine Eistüte? Er hat mir ein paar schöne Kirschen ins Gesicht gemalt. Das sieht aus wie eine Eistüte. Hoch, hoch. Wo ist es so gerade aus? Ja. Okay. Der ist super gut geworden sogar. Warte, ich bin noch nicht fertig. Hallo, ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Ich muss noch eine Sache machen. Das sieht scheiß aus. Eine Sache wollte ich noch machen. Jo. Ich kann das Eis nicht mehr. Wir sind erst bei E. Was hast du für F? Das ist das erste, was dir einfällt. Fisch fangen. F. Fortnite spielen. Welches sind in Fortnite drinne? Lass uns hier schnell Papier spielen. Und wir haben wie was auflädst. Wenn ich gewinne, muss man wie was aufladen. Wie viele? Ich kann jetzt mein Gesicht. Fünf tausend. Fünf tausend. Alter, mein Gesicht ist, glaube ich, voll roh. Fünf tausend? Ja. Was kostet das? 38, 37 Euro sind das, ne? Ja, das machen wir nicht. Doch. Wir spielen um 23. Nein. Mehr höher gehe ich nicht. Nein. Warum? Nein. Scherempfier. Was nimmst du? Bis drei. Bis drei? Ja. Ha! Dann muss ich mich ja konzentrieren. Komm. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Eins, Leute nicht. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Nein, eins, eins. Schere, Stein, Papier. 2, 1. Ich habe Angst. Ich habe for real Angst. Schere, Stein, Papier. 2, 2. Letzte Runde. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Warte, ich muss kurz überlegen. Okay, oh mein Gott. Hast du? Druck ist hoch. Schere, Stein, Papier. Stimmen zu stimmen das ist für die 5.000 über 30 Euro ja das war schon du hast gerade mit meinem Paypal gezahlt die 5.000 die wachsen drauf so hat jetzt wird erst mal ein bisschen fort das erste was mir einfällt ist haben vorschlag sagt ja okay vorher geld schenken das klappt ja wirklich 10 euro das ist sehr nett von dir hey hashtag ehre mal in die kommentare wirklich darf ich wirklich behalten nein aber das ist eine aufgabe ja okay behalten 10 euro plus gemacht ha wie hat für wessen also wenn dein ehrenmann ist dann wir beide im ex das stück für dich ist klein der fährt sich seinen magen das stück für mich warte weil er heute nicht gegessen hat 3 2 1 alles wie sie das gar nicht was habt ihr mich du scheiß auf jeden vogel am spieß oder was ich habe gelernt ich habe ganz viel gegessen davon ist das ding nie wieder das ist ehrenlos ich bin gespannt was bei ihr kommt hast du was industriezucker essen smart eigentlich ein igelküssen ich habe eine viel bessere idee du kommst jetzt her unter nein du musst essen nein natürlich wieso muss ich das denn jetzt essen und dann auch mein teppich passt doch mal aufmachen da muss sagen nein ich habe nicht erwartet dass ich heute so viel leiden muss absolut nicht ja ich hätte erstmal kommst du oder das was kommt jetzt jonglieren nicht mit meinem handy bitte du kannst überhaupt also ja ja doch doch ich kann das pass auf pass auf pass auf ich finde du bist fertig es ist halt schlecht mit dem löff schneller 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 das war ungesund das war ungesund das war ungesund geht noch alles das freut mich ist aber es ist aber sehr nett von dir ist alles noch geht es kann killen k küssen auf mund auf mund nein das kann man mich angucken nein dieses video verstört mich das war der erste kuss an mich das war der klein war ja ich finde ich davon wie mcdonald's ich habe schon richtig hunger muss wissen mittlerweile haben wir den nächsten tag ist es jetzt gerade genau 13 uhr 19 das heißt erst nur zweieinhalb stunden zeit um die restliche aufgaben zu machen und auch nicht im kille zu muss ich schnell machen jetzt bestellen let's go n nuggets das ist richtig gut oha n für nagels dem auge mit wir haben es einfach für 50 euro und 72 gekauft das ist einfach so eskaliert gerade der laden mit m für wen ist das alles das ist unser frühstück das riecht so gut das ist einfach zwei es hat noch zwei stunden zeit für wen habt ihr das alles geholt für uns alle? Geil, es schmeckt... ist es noch heiß? mhm O Alles kaputt hier? Hallo? Geht's dir gut? Was sagst du dir über O? Unmächtig werden Sooo Das wird jetzt alles erstmal gegessen P putzen Dinge, die man nicht häufig im Leben sieht Mama Das musst du sehen, komm mal schnell Nicht schlecht Was ist mit dem? Da ist noch eins Ja, mach ich sofort So Ey, wie ist das? Ich hab echt noch nie putzen gesehen, ne? Also bei sich hat er schon mal geputzt Fenster und Spiegel Oh, passt Ehre, nein! Weitermachen, da ist noch eins, zwei, drei Da fehlt ja noch alles Soll er es weiter putzen? Kommentiert ja Merkst du für Kuh hab ich auch für dich? Was? Wie sehe ich schon wieder? Weil ich Quark nicht mag Yo Was hast du geräumt? Einfach so, pur Quark essen Ja, warte Nackig Uff, locker, Mann Speise quackvernascht Er rumschreien Nein, nein AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA Also Papa gesagt, er würde ausziehen, würdest du auch rausgehen, haben wir das Haus für uns. Echt, du willst auch rausziehen? Ey, ey, schon mal Papa rausgehen, haben wir das ganze Haus für uns. Cool. Schrei weiter rum, da geht die heute noch. Ah! Es shoppen. Ja, aber du zahlst. Nein, du. Ich kann doch nicht alles bezahlen hier für dich. Er gibt Fernseher einen, da steht einer. Oh, du willst einen Monitor haben, einen Bildschirm. Du willst einen Bildschirm haben, genau den gleichen mit dem hier nochmal. Ja. Ja, das ist den zweiten. Ganz entspannt, 230 Euro. Eingangswagen. Zack. Boom. Der Bildschirm, da kannst du alles zeigen. Ist nicht schlimm. Der Bildschirm ist bestellt, und wann soll der ankommen? 25.01. Das ist in einem Monat. Ja, egal. Tee wie Tee trinken. Ich hab dich noch nie, du musst ja nicht erstmal einziehen ein bisschen. Uh, wie Uno spielen, Ash. Es war ganz ne Runde Uno. Das ist Uno, da kriegst du mir den Adventskalender da gepackt. So, es geht los, Ash. Du fängst an. Es gibt übrigens nur schwarze Karten. Es gibt nur schwarze Karten. Doch, doch, doch. Dann leg ich zwei plus, dann musst du schon mal vier aufnehmen. Fast schon. Oh, ich muss nochmal zwei aufnehmen. Das heißt, es ist ein sechs, ne? Und ich hab jetzt noch ne vier plus. Das macht zehn Karten für dich. Aufnehmen. Das geht jetzt nicht mehr. Bei vier ist Schluss. Nein, nein, nein. Bei vier ist Schluss. Sobald ich weiß, darf man das nicht. Bei vier ist Schluss. Sobald ich weiß, darf man das. Vier ist Schluss. Darf man auf ne vier plus, nochmal ne Plus Karte legen? Natürlich. Nein. Wer sagt das? Was ein Scheißspiel. Uno. Warte, plus vier. Nein, nein, nein. Warte, Ende. Ich hab gewonnen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Du darf keine Karten zurückziehen. Geh wir dann los. Warte, warte. Karten tauschen. Uno. Ich hab das Ding noch gestaukelt. V. Veganer Burger. Den gönne ich mir jetzt. Oh, geil. Hast du nicht eh mehr gegessen? Ja, egal. Habt ihr schon K gehabt? Es knallt. V wie vapen. Ja, vapen hat deine Lunge kaputt. Du kannst noch ein bisschen in der Lunge rein kippen. Mach mal. Vergifte dich mal. Kannst noch mehr, hast Freigabe jetzt. Die macht alle. Und du auch. Du kriegst auch bald Ärger. W. Äh. W. Was fällt dir? W. X. W? Das wollte ich auch sagen. Was fällt dir mit W ein? Weiß ich nicht. Was fällt dir für X ein? X, X, X. Komm. Fällt dir nichts mehr ein? Nein. Ey. Das ist tatsächlich eine Option. Hä? Weißt du, wie einfach Y ist? Und was denn? White Titi gucken. Ja. Ja. Ja, guck. Und X. X. Ja, X ist echt hart. Leute, kommentiert hier Sachen, die man mit W und mit X machen kann. Jetzt in die Kommentare. Weil der kriegt die 100 Euro jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.